Jetzt sind wir live, oder? Wir brauchen noch so eine Live-Klappe. Boom, hier sind wir. Wir sind, sind wir schon? Ja. Wir sind schon. Hallo, wir sind live. Wer sich jetzt gedacht hat, Mann, ich habe keine Ahnung, ich bin gerade total verwirrt. Es ist so, High Five Live, unser neuer Twitch-Kanal, ist jetzt online. Wir sind scheiß aufgelegt. Wir wollten den schon ganz, ganz lange machen. Wir waren tatsächlich zu dumm, uns einen Account zu erstellen. Das haben wir nachgelesen bei Google, es geht total einfach. High Five Live. Wer sich jetzt denkt, was macht High Das Fresse auf meinem Twitch-Kanal, beziehungsweise auf twitch.tv, das wird es öfter geben. Wie oft es das geben wird und was wir genau machen, das besprechen wir heute auch noch, aber erst nachher. Grundsätzlich wird auch erstmal der Hauptbestandteil des Kanals darin bestehen, dass wir zocken mit euch zusammen und ihr sollt fleißig kommentieren. Unser Programm heute ist erstmal mit Maxi Gräf, die mehr Leben auf dem Gewissen hat als die Pest, zumindest digital. Und deswegen spielt sie mit mir. Oh ja, Smooth, den habe ich drei Wochen geübt. Wir spielen Battlefield Hardline, den Singleplayer, ungefähr so eine halbe Stunde, 35 Minuten, so genau können wir es heute noch gar nicht sagen. Es ist alles sehr chaotisch. Wir freuen uns aber sehr, dass ihr alle, alle, alle habt ihr eingeschaltet. Genau, dann werden wir zu viert Mario Party spielen. Maxi, ich, der Julius. Julius, genau. Genau, der ist verschwunden gerade, aber es macht ja nichts. Und wahrscheinlich der Nino oder der Adrian, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Auf jeden Fall wird dann ordentlich gezockt. Da werden wir natürlich auch noch euch mit einbeziehen im Chat. und danach, damit ihr überhaupt wisst, was passiert hier, was wird noch kommen, werde ich nachher ungefähr noch eine halbe Stunde oder so eure Fragen beantworten. Das heißt, das Ganze wird jetzt grob von 14 bis 16 Uhr ungefähr laufen. Wahrscheinlich wird es dann von 14 bis 19 Uhr laufen, aber dann seid ihr alle schon weg. Und ich werde immer noch Fragen beantworten, die mir meine Mutter schreibt. Denn, hallo Mama, Mami ist mit dabei. Hallo, wo ist Mama? Und vielleicht auch Maxis Mama, wir sind nicht ganz sicher. Ja, ich habe ihr eine E-Mail geschrieben, sie soll sich einklicken. Aber sie hat noch nicht geantwortet, deswegen weiß ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich habe zu dir ja vorhin schon gesagt, zum Flo gesagt, das ist extrem aufregend. Ich meine, wir haben jetzt schon einige Videos gemacht. Ich glaube, über 700 Stück mit High Five allein schon. Und davor war ja auch schon mit Server Down Show eigentlich viel zu tun. Trotzdem bin ich jetzt extrem aufgeregt. Das ist echt krass. Sogar noch aufgeregter, als wenn ich jetzt auf die Gamescom-Bühne müsste. Das finde ich krass. Ich weiß auch nicht, das ist so ganz anders. Live ist so ganz anders. Aber wir hatten das ja schon ewig vor. Wir wollten euch, glaube ich, sogar letztes Jahr schon auf der Gamescom das Projekt vorstellen. Aber wie es halt kommt, überall hier, da, so viel Stress. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber jetzt geht es los. Und ja, einfach nur Spaß haben damit. Ja, eben. Das ist ja das. Weil wir haben natürlich, das muss man auch mal so aussprechen, öfter jetzt schon gehört. Auch heute mit unserer Ankündigung auf Facebook. Ihr macht ja, jetzt springt ihr auch auf den Zug von Rocket Beans TV auf. Rocket Beans TV, brauchen wir nicht reden. Richtig geile Sendung. Super. Nur, das heißt ja nicht, dass wir nicht auch twitchen dürfen. Und wir haben es, wie gesagt, auch schon lange geplant. Wer da wie, was, wo als erstes geplant hat, ist völlig irrelevant. Da werden auch noch einige Leute an der Weite kommen, die Twitch machen. Von daher, uns geht es halt darum, wir wollen Gaudi mit euch haben. Wir wollen zusammen diesen Twitch-Kanal mit euch aufbauen. Das ist halt auch wichtig. Feedback ist sausau wichtig. Also bitte Mails und Kommentare und hier im Chat immer her damit, weil das ist sehr gern gesehen. Weil ohne euch läuft es nicht und wir wollen das mit euch aufbauen. Wir wollen auch nicht nur fertige Formate präsentieren, sondern wir fragen euch, hey, habt ihr coole Ideen und so. Genau, ich laber schon wieder. Und denkt jetzt nicht, hier würde keine Action oder irgendwie Explosionen würden nicht passieren. Das passiert hier ständig und zwar in eurem Gehirn. Das ist nämlich wie ein gutes Buch. Den Rest muss man sich einfach nur dazu denken. Das ist, ja genau. Das ist auch, wir haben ja nachher noch das Format Flo und Maxi lesen. Und da lesen wir euch aus der Rundschau vor und aus dem Fokus und alles explodiert in eurem Hirn. Und hoffe ich zumindest. In eurem Gehirn. Bevor wir jetzt mal lange labern, Bärflo, das ist doch kopiert, schreibt High mit Lownet. Aber ich glaube, das meint aber so aus Spaß. Ich weiß, dass du mich liebst, High mit Lownet. Gibt es ein Swinkersmiley? Wenn da kein Swinkersmiley ist, dann ist das kein Spaß. Das ist ein ganz komischer Kopf, den ich nicht kenne. Der ist aber irgendwo bei Twitch sehr beliebt. Keine Ahnung. Ja. Gut. Das heißt, ich darf jetzt zum ersten Mal den Singleplayer spielen. Ich habe nämlich nur die Beta angespielt. Genau. Bei der letzten Beta, es gab ja zwei, dann aber auch nur für einen Abend, weil meine Internetverbindung saugrottenschlecht ist. Das heißt, ich habe mich weiter großartig gar nicht mehr mit Battlefield beschäftigt. Für mich ist das alles neu. Ich weiß gar nicht, wie viel Sound wir haben. Ich könnte auch schnell nach vorne laufen und dir noch Sound geben. Ach, ich brauche keinen Sound. Die Zuschauer können mir alles schreiben. Mit dem Lag, na super. Kannst du mal winken, Flodi? Ich winke für dich. Ich möchte auch. Ich finde es so geil, dass deine Mama gut zuguckt. Ich auch. Ich hoffe, meine Mama guckt auch zu. Was macht deine Mama eigentlich? Mama winken. Du machst mich für die Mama. Ach so. Also winkeln. Winkeln. Wir waren nicht im Ohn, hat der Marco gesagt. Der Marco cuttet gerade. Meine Mutter schreibt doch gerade, du kack, nur. Wer ist denn die geile Ische neben dir? Mama. Nee, die schreibt das nicht. Natürlich nicht. Meine Mutter ist im Rollladenbaugeschäft tätig. Hier darfst du doch nicht reden, wenn so eine Katzin ist. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy. Bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Er hat so einen krassen Leberfleck wie der Martin Lee auf dem... Das ist eigentlich Martin Lee. Martin Lee-Berfleck. Martin Lee-Berfleck. So, gute altes Wort-Taktik. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ähm, ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis. Ich bestell für dich. Ich hab ne Idee. Ich such den Laden aus, hm? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal Kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran. Okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Go, Maxi, go! Oh Gott. Polizei, wir kommen rein! Oh ja. In der Zwischenzeit sag ich dir, ähm... Auftreten! Polizei, Bewegung! Verpasst die Hände! Ach, mach die weg! Ich kann ja gar nichts steuern. Achso, Maxi kann nichts steuern. Ähm, ich seh grad, Maxi, hier Schuhe drunter, Schuhe aus oder drunter von der Couch? Freimachen. Freimachen. Maxi ist zu sehr im Spiel und nimmt das alles sehr ernst. Was soll ich die Schuhe von der Couch... Aber wieso ich bin noch zu Hause? Das darf ich machen. Das darf ich doch bestimmen. Eben, wir sind hier daheim. Entschuldigung. Ich bin bestimmer hier. Aber... Hier so ein Undercut. Oh, ich komm hier gar nicht... Oh, was ist denn hier? Oh, die unsichtbare Wand. Nein, echt? Ja, ich komm hier nicht weiter. Jedenfalls, ich seh grad, was bedeutet, was bedeutet, dass Dodans Mutter Kassiererin ist. Wenn ja, kann sich dann Julius mal bei ihr melden. Achso. Schreibt Senses oder Senses. Nein, meine Mutter ist nicht Kassiererin. Wir haben ein Rollladenbaugeschäft. Ich weiß nicht, du musst die jetzt mal filzen, glaube ich. Achso, verhaften. Ich hab die geklagt die ganze Zeit drauf. Und kurze Info, weil ich gerade gelesen habe, warum könnt ihr die Auflösung noch nicht verändern, warum gibt es keinen Subscribe-Basen und so weiter. Momentan hat das mit dem Partnerprogramm noch nicht so geklappt. Kommt aber natürlich so bald wie möglich. Momentan, naja, die Woche noch nicht, aber dann wahrscheinlich nächste Woche. Was machst du denn mit dem jetzt? Ähm, ich wollte ihn blenden, aber der war zu cool. Kannst du da jetzt irgendwie auch Ganzkörperdurchsuchungen machen? Nee, ich hab das tatsächlich mal machen müssen, weil ich war mal kurzzeitig Security. Oh Lord. Und schon geht's los. Max, mach die weg. Erstmal die Frau erschießen. Ladies first. Erstmal Frauen und Kinder wegballern. Waren da auch Kinder bei? Oh, das ist aber schön, wie das hier fliegt. Ich bade mich im Geld. Max, du nimmst das Spiel komplett anders, weiß ich. Also das heißt, er schießt den auch. Komm, mach den weg. Ja, das ganze Geld für mich. Guck dir das mal an, ey. Marco, hast du ein bisschen Auge auf den Chat? Ich liest hier gerade, könnt ihr das Bild im Bild etwas kleiner machen? Finde das ein bisschen zu groß? Lief da gerne an euch, sollen wir das Bild im Bild ein bisschen kleiner machen? Marco, du, Marco macht das. Ich wollte schon immer mal so eine Toilettenbildergalerie machen. Und dann müsste man herausfinden, von welcher Toilette, welche Toilette aus welchem Spiel ist. Das könnte aber gut funktionieren. Das glaube ich nämlich auch, aber ich hab es versaut, dann immer wieder bei jedem neuen Test oder bei jedem neuen Spiel einen Screenshot zu machen. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich das interessant. Das schreibt direkt nach dem Format, wer wird Scheißhauskönig? Also die muss ich jetzt untersuchen. Objekt aufnehmen. Frau! Hast du ja echt die Olle erschossen, ne? Wie sexistisch, Objekt aufnehmen. Ich dachte, es sei Spaß. Ich hab das gar nicht gesehen. Objekt aufnehmen, nimmst du sie hoch? So, ne, euch in groß. Ne, Moment. Na, aber die... Wie lasst das so groß? Hä, wie, was? Ne, euch in groß, so ist gut. Euch groß. Da hat jeder eine andere Meinung. Flo, rausschneiden und Maxi groß, bitte. Scissor-Man, WF. Stehen bleiben! Du bist raus. Aber wir müssen laufen. Wir müssen doch jetzt das ganze Geld aufheben. Wo ist das ganze Geld? Wer hat das Geld eingesammelt? Ach, da hinten. Alles gut, wir lassen das jetzt. Marco, ich glaub, das passt schon. Hä, wo ist er hinten? Scheiße, ich hab die verpasst. Ich wiederhole dann kurz nochmal meine Ansage von vorher. Wie gesagt, wir hatten viele Tatleine, Magioparty, Fragen und Antworten. Ich hab ihn verpasst. Bist du jetzt kaputt gegangen? Also quasi... Ich glaube, er ist zur Tür rein. Bin mir aber nicht sicher. Weil du Geld gesammelt hast, Objekte aufgewogen hast und Frauen erschossen hast. Ja, ich... Irgendwie müssen wir... Also, jetzt mal ganz ehrlich. Da würde man noch... Ne, ich muss jetzt alles nochmal machen. Das ist ja gay. Das machen wir aber schnell. Okay. Das Bart sah gerade so aus, wie das Bild aus Heider hattet. War es aber nicht. Das war ein echtes Bart. So, bla bla bla. Haben sie sie beim Poker namenscht. Ah, nee, das ist Kokain. Maxi fehlt nicht. Maxi, sie nimmt sich wie im echten Leben. Sie batet in Gates und hebt Frauen auf. So, jetzt verhaften. Die müssen ach, sie labern immer erst nochmal. Verhaften. Dann kann man so einen Doppel-High-Five geben. Puh, du Schwarz. Und dann ein Headbutt. Ja. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, natürlich. Zum Spielablauf, zu Maxi, zu mir, zu Maxi-Schuhn, zu unseren Müttern, zu Julius Kassiressen oder die, die... Zu unseren Müttern, ja genau, lad sie ein. Das geht doch nur in die Hose. Ich sage nicht, dass sie mir antwortet. Sprichwörtlich. Als ich mal in die Hose gemacht habe, könnt ihr alles fragen. Flo, wann kommt denn Heider geil? Ist das nicht geil? Bin ich nicht. Heider, ist das nicht toll genug? Scheinbar nicht. Macht ihr das jetzt öfter? Ja. Check ich da. Machen wir öfter. Genau das sage ich aber dann am Ende, gegen Ende dieses Beitrags. Ah, scheiße, nachher. Halb vier, halb vier ungefähr. Beantworte ich das alles noch. So, nochmal duschen. Das ist aber schneller skaliert. Ich verstehe den Glückstock-High-Five nicht. Ich mache die Festmache. Du solltest hier aufpassen. Da sagt er wieder, hi mit low.net. Ich habe es ja vorher ganz falsch ausgesprochen. Ja, für mich ist das Ganze geplant. Wie gesagt, kommt alles noch. Das sage ich nachher noch. Da dürft ihr dann alle Fragen stellen. zu High-Five live. Aber andere Fragen sind auch gern gesehen. Flodam, wie war denn... Moment. Dark Funeral 666. Flodam, wie war denn so die Buchse, nachdem du... Buchse? Wie war denn so die Buchse, nachdem du reingemacht hast? Sind die Nachbarn wirklich ausgezogen? The fuck? Was hast du erzählt? War das bei Come On Irgendwas? Ich bin nicht sicher. Hat jemand eine Ahnung von euch? Die Buchse, die ich reingemacht habe, hört sich so ein bisschen komisch ab. Hä, wo ist der hin? Die Buchse, die ich weggemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Hast du denn jetzt... Ach, er fährt weg. Aber das ist jetzt normal, siehst du? Bööö. Dann geht es. Geil, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte. Wie ist das? Lass die Frau mal fliehen, die läuft in Richtung Fensterstadt, White Engine 93. Hast du das auch gut gemacht? Ich mach mal leiser. Boah, ich hasse diese Ansicht. Magst du nicht Fahr-Auto? Kannst du gut Autofahren, echt? Äh, naja, ja, wenn es große Autos sind. Welche Spiele sind geplant? Oder werdet ihr die Spiele komplett durchzocken? Oder ihr Anzocken-Videos? Schreibt Vasca Lu. Auch das will ich nachher beantworten. Oh Gott, ich hab so viel zu beantworten. Merkt euch bitte, merkt ihr bitte die Frage, dann stell sie mir nachher nochmal. Dann macht ihr Come on jetzt live, oder? Maxi machen wir Come on live wahrscheinlich jetzt erstmal nicht, soweit ich weiß. Sprich nicht mit dem Fahrer. Okay, Maxi ist raus aus der Nummer. Ich sanboaoshi. Fuck, wo ist der hin? Leberkäse, Wecken mit süßen oder scharfen Senf. Ich weiß nicht, was Wecken sind. Ich hab ihn verloren. Ich hab ihn verloren. Ich weiß nicht, was Leberkäse wecken. Egal, ich geh einfach hier. Das sind so zwei Leute, die komplett getrampt voneinander reden. Ich hab keine Ahnung, wo der hin ist. Nein, du musst, aber ist der Pfeil nicht da? Ich kann mich grad nicht bewegen. Ich hab einmal ne Kurve versaut und dann hab ich ihn verloren, weil du siehst den ja auf der Mini-Map nicht. Ja. Okay, aber du da schließt ja, du musst ja nicht viel machen. Aber ich wollte eigentlich nur den Slide nochmal sehen. Ja natürlich, das war halt Absicht. Das ist halt das Tolle an der Maxi. Die stellte Star ist, willst ihn verlieren, will aber nur die Katze nochmal sehen. Ich hab auch verloren. Da wollen wir, also da bin ich schon ehrlich. So, Verfolgungsjagd. Boah. Lieberkäse wecken mit süßem oder scharfem Senf? Scharf. Scharf? Tatsächlich? Und, ich weiß, da wird mich jeder verteufeln, aber ich mag das mit scharfem Senf und Ketchup. Maxi. Ich weiß, aber das ist so lecker. Wo ist er hin? Das ist nicht lecker. Doch, das ist super lecker. Also ich mag es mit süßem Senf. Aber das ist das Semmel. Du sagst auch Semmel, oder? Semmel, ja. Aber Brötchen geht aber auch. Ja. Geil, ich war sogar richtig. Obwohl ich nicht mehr wusste, wo der lang gefahren ist. Wo ist er hin? Ich muss sagen, ich hab jetzt öfter mal gehört, dass Hardline auf der One total hässlich sein soll. Ich find's jetzt nicht so hässlich für mich. Nö, schön find ich schon, aber wir sind auch echt weit weg. Das stimmt. Was ihr nicht seht, dass unser Fernseher 20 Zoll groß ist und ungefähr in 14 Meter Entfernung steht. Das heißt, Maxi hat eigentlich keine Ahnung, was sie gerade macht. Das ist nur Glück. Bullen! Achso, ich bin ja ein Bulle. So, das geht jetzt? Boah, schau mal, wie ätzend jetzt war das hässlich, weil der Rückspiegel war todesätzend. Warum? Grafisch? Ja, das war echt. Und zuerst ist das Auto jetzt auch kaputt. Ja, deswegen ist es jetzt auch kaputt, aber das war gerade nicht schön. Kennst du die Reflektionen in den, sag man, Linsen? Ach komm schon, wo du durchschaust. Durch den Waffen-Zielfernrohr. Äh, nein. Ist der jetzt auch tot? Ne, der lebt noch schon. Noch nicht? Warte. Ne, ich erschieße nicht, sonst heißt wieder, ich habe einen Schwarzen erschossen. Wieder? Wieder. Was war denn da los? Ich bin schon in der Rolle des Bullen drin. Ohne nütz. Du hast doch gerade gesagt, man soll nachschlagen, wenn du in die Hose gemacht hast. Wenn? Oh cool. Dann frag noch mal nach, wenn ich es getan habe. Das ist echt wie eine Serie. Ich habe das vorher mal drei Sekunden gestartet und wenn du es abdichst, kommt dann irgendwie so ein kleiner Trailer demnächst in Hardline. Ich weiß nicht, wie wird sich dann wahrscheinlich immer pro Kapitel ändern, was jetzt kommt. Binuto Martinez war der aus The Shield. Hast du das gesehen? Ah, den kann ich auch. Den Eugene. Aber woher? Die kenne ich nicht. Ja. Neventi Santos. Ich habe keine Ahnung. Fred. Fred. Und Mark Rolston. Sind jetzt alle Schauspieler aus echten Serienfilmen? Könnte sein. Ich bin gar nicht sicher. Ist es? Zumindest der eine war das gerade, dieser Martinez. Der war tatsächlich einer. Ja. Also wie gesagt, oh, ein Achievement, der Rückspiegel war kacke. Aber sonst war das ganz nett. Tief durchatmen, das wird schon. Maxi schreibt N-Y-H-C-85. Nück. Aber siehste, Maxi hat das schon gemacht. Schule hat begonnen, Episode 1. Wie ist es denn bisher? Wie in der 6. Stunde. Das ist auch für uns die 6. Stunde. Ja, das ist so geil. Das hat der Julius mal gemacht. Also völlig random auch, glaube ich. Das ist aber so schön, weil das ist schon echt eine gute lange Stange Zeit her. Die Schule. Gott. Wenn du so einen Spruch ablässt, befördert die das sofort wieder in der Vergangenheit. Ja, aber total. Und das ist ja schon wieder so am Zittern. Macht ihr jetzt eigentlich, schreibt im Moment Alicia im Wunderwald, macht ihr jetzt eigentlich, wo Julius wieder da ist, die Datingshow mit ihm? Ja, er will's die ganze Zeit. Er sucht, also der würde sich freuen, wenn wir das mit ihm machen. Er hört uns gerade, nämlich nicht. Er ist gerade so konzentriert. Aber er hätte schon Lust drauf. Weil er versucht hat, nämlich Marco zu daten. Ich würde jetzt... Ja. Ja. Du hast schon Bock auf die Datingshow, oder? Er hat richtig Bock, sagt er. Ja. Ach, der Adrian auch? Single. Also... Unsere Jüngsten sind alle Single. Die müssen alle... Nur das will, dass man sich unter folgender Nummer bedürft, aber brennt jetzt nichts ein. Dann haben wir hier HighMidLow.net. Der ist aber sehr fleißig. HighMidLow.net. Florian, kommst du mal wieder nach Regensburg? Ich hab gehört, dass in Regensburg die glücklichsten Menschen sind. Stimmt das? So von der Statistik her gesehen, auch von Deutschland. Jetzt, da ich raus bin, ja. Nein. Nein. Oh. Jetzt sind sie bei HighMidLow, die Glückwissen. Richtig. Ach, das ist der Pierre. Ah, Pierre! Ach so. Also, wenn es du bist, Pierre, hallo, hallo. HighMidLow.net. Also, Julius sagt uns gerade, dass es du bist, Pierre. Hallo, Pierre. Ich weiß nicht, wann der Regensburg kommt. Ich weiß nicht, ob die glücklichsten Menschen in Lebensburg in Liebensburg kriegen. Regensburg ist Liebensburg. Ja, komm mal, komm mal. Auf jeden Fall. Ananas Horsky. Regensburg. Was ist denn die jetzt her? Die ist geil. Die habe ich heute gekauft. War die jetzt die ganze Zeit schon da? Ja. Das ist nämlich Philbert. Der ist so süß. Und der riecht auch echt gut. Und ähm. Kann man den essen? Ja, aber er ist so süß, ich kann ihn nicht essen. Aber er riecht so gut. Ich weiß, aber er ist so niedlich. Ich esse alles, was gut ist. FÜBER. Kinder. Okay. Ja, natürlich. Keine Entschuldigung. Das ist kein. 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 Aber ich habe immerhin befürchtet, die Ältesten hier zu sein, weshalb wir ein Stückstock High Five ins Leben gerufen haben. Nice. Ich bin der Ball. Also der eine ist 85 geboren, gehe ich davon aus. Wenn er NUG 85 heißt und Doug funeral ist 666 geboren. Aber man ist der? Das ist aber auch schon arsch alt. Oh Mann, ey. Gab es doch schon das... 666 war das Testament. Du nimmst mir die Worte ab. Wann war nochmal Testament? Wann war nochmal Testament? Wann war nochmal Testament? Aber... Ja. Ich fahr mit ihr. Ich würde sagen, trotzdem sind wahrscheinlich wir mit die Ältesten in der ganzen Sendung. Dimmi, Dimmi, Hallei von der... Schau dir mal jetzt den Rückspiegel an. Okay, jetzt sind wenigstens Lichter da drin zu sehen, aber vorne war einfach nur platt. Buh, Hardline, Buh. Achtet auf, es sind Details, die ein Spiel gut machen, ohne Witz. Gute Toiletten, dass man von Spiegeln spiegeln kann und rückspiegeln. Und spülbare Toiletten, das ist wichtig. Spülbare, das habe ich eh nie verstanden. Dass man in vielen Spielen den Wasserhahn aufmachen kann und spülen kann. Aber es hat einfach was, ne? Ja, aber es ist so, wie so ein... Das ist halt auch in Alien Isolation, kannst du dich am Anfang suchen. Wie so ein Zombie. Ah! Achso. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich sage jetzt nichts zu dieser Szene. Okay, wir werden das unterschrieben. Auf jeden Fall schreibt Dimmi von der GameStar. Flo Gamestar und GamePro. Und wir lieben dich, Dimmi. Und die GameStar und die GamePro. Dankeschön. Oh Gott, hat er mich erschrocken. Ich dachte, ich bin hier ganz immer aufgedrückt. Glück 85 oder heißt es N-Y-H-C 85? Ja, wir sind alt. Ja, wir sind alt. Ist das bei GameStar GamePro Mittagspause oder warum sind die Leute alle da? Orange County. Der Pierre, der kennt die halt alle namentlich, du. Geilo. Der kennt die ganzen Namen. Ja, wir kennen Pierre auch meinen Namen. Ja. Bis wann wird der Stream circa gehen? Schreibt Doda AK LP. Hey, 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 hey. Ich würde sagen, die nächsten 14 Wochen. Stunden? Wochen. Ja, machen wir einfach durch. Ne, grob bis 16 Uhr haben wir es meistens. Bis wir in Rente gehen. Also grob bis 16 Uhr, dann gehen wir eh in Rente. Wer ist denn das? Wir sind zu alt dafür. Unser alter Freund Huck. Schön, dass es Unterstützung aus der Redaktion gibt. Schreibt Smagol FM. Das finde ich auch total cool. Ich habe das ja bloß Dimi entdeckt, aber das ist für mich gerade alles so textfrei, weil ich ein bisschen aufgedeckt bin. Scissor Man VF schreibt übrigens, der Rückspiegel auf dem PC zeigt auch wilde Dinge, nur nicht das, was hinter einem ist. Buh Rückspiegel. Hashtag Buh Rückspiegel. Das wäre halt geil, wenn er mal so ein Bild von Exorzisten zeigt oder so. Von Samara aus The Ring. Alter. Gibt es doch nicht einen neuen Film, doch da gibt es einen neuen Film. Kimme und Korn reflektieren nicht. Do it for money. Ja, aber nicht Kimme und Korn, sondern die... Weißt schon, wo du... Weil das ist nämlich schön im Battlefield, weil das reflektiert schon den Hintergrund. Und das haben sie nämlich nice gemacht. Ach, du meinst auf dem Visier. Ah, danke. Mir fällt die einfachsten Wörter von mir. Weil Kimme und Korn wird ja nur passieren, wenn du kein Visier hast. Genau, richtig. Durch den Visier. Die Umgebung. Die wird da nämlich immer schön gespiegelt. Also wirklich schön. Und da dachte ich mir, cool, das macht bitte viel gut. Aber der Rückspiel hat es schon wieder versorgt. Wäre das jetzt so was, von dem du sagst, das zockst du auch allein daheim im Singleplayer? Weil du bist ja eigentlich eher die Multiplayer-Dame. Ich habe alle Battle... Also klar zocke ich das dann auch mit und durch. Aber eher so, dass du es halt auch gemacht hast? Oder steust du dich total drauf? Ja, Bad Company war natürlich mega geil. Das stimmt. Das war ein richtig geiler Singleplayer-Mod. Und das ist ja auch was komplett Neues. Und das soll ja eben so wie diese Crime-Serien so ein bisschen sein. Mhm. Ich glaube, du verpasst wahrscheinlich echt viele Anspielungen, wenn du nicht alle Law & Order-Versionen kennst. Ja. Ich... Law & Order habe ich zum Beispiel nie geschaut. Aber... Ich auch nicht. Aber trotzdem... Trotzdem glaube ich, dass das... Deswegen muss ich es mir erst mal angucken. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gefällt oder nicht. Ob mir das zu viel ist, ob mir das zu amerikanisch ist. Das ist ja was ganz anderes. Ich weiß nicht. Hast du deine Spielzeit im Kopf? Zufällig? Aber wie ich Battlefield kenne... Keine Ahnung... Acht Stunden? Jeden, jeden... Achso... 5 bis 8. So, was haben wir denn hier? Gibt es das Video später auf YouTube? Schreibt DoraKLP. Die Pilot-Folge könnte man eigentlich schon zumindest in Teilen hochstellen. Stimmt eigentlich, ja. Und kurz zur Info. Das muss ich auch nicht später beantworten. Das kann ich euch gleich sagen. Ihr könnt dann nach dem Livestream natürlich auch die Dinger direkt auf Twitch ansehen. Also bisher gesendet oder so. Kann man ja anwählen. Da gibt es auch tatsächlich eine kleine Pilot-Folge von gestern. Da haben Maxi und ich gegeneinander Towerfall Ascension gespielt. Also gespielt. Wir haben geschrieben. Spaß hatten wir nicht. Wir haben geschrieben. Es war so qualvoll. Schockt Dude. Hardline auf der Xbox One. Keine Missgrafik, aber im Vergleich zu PC oder PS4. Der Helle. Ja, sag's mal lieber. Sorry. Alter, ich bin nämlich ein Bulle. Pass bloß auf. Ich bin manchmal froh, dass du doch kein Bulle bist. Und dass du nicht mehr Security bist, Mom. Nein. Ich wollte. Ich habe mich sogar bei der Polizei beworben. Echt? Das habe ich irgendwann mal, glaube ich, in irgendeinem Common erzählt. Also bevor ich das studiert habe, was ich studiert habe, das war Medienmanagement, wusste ich noch nicht genau, was ich mit meinem Leben anfangen kann. Und dann wolltest du zum Bulle gehen? Zum Polizisten? Ja, weil ich dachte mir, da habe ich etwas mit Menschen zu tun. Genau. Ich war lange nicht mehr hier. Ich bin ja dann doch sehr kommunikativ auch und warum nicht? Und, ach ja, genau deswegen wollte ich da nicht, weil ich wollte Helikopter fliegen. Aber da hat mir der nette Herr in der Hauptwache 1 gesagt, boah, der hat hier was zu trinken. Das hatte der auf Hauptwache 1? Ja. Der wird ja viel gesagt. Er hat mir gesagt, dass es in Deutschland zwar eine Polizeihubschrauberstaffel gibt, aber es gibt keine einzige Frau da drin. Ja, aber dann hättest du doch die Erste sein können, die mal hier hin. Ja, genau. Aber es wäre halt generell sehr schwierig gewesen. Und dann habe ich noch einen anderen Polizisten kennengelernt. Während der Wiesn weiß ich noch. Also der war da privat. Und dann habe ich den damals gefragt, so, hey, wie ist denn das? Weil ich habe mir die Prüfungen zum gehobenen Dienst angeschaut. Und da fand ich die Fragen teilweise so richtig krass. Und ich hatte Wirtschafts-LK, also habe da auch mein Abi drin geschrieben. Und da waren Fragen drin, die selbst ich da nicht wusste. Und ich dachte mir so, boah, was geht denn ab? Weil ich meinte so, ja, diese Prüfung schafft kaum einer. Ah, okay. Die meisten müssen tatsächlich erst mal den mittleren Dienst durchgehen. Und dann kannst du halt von da aus in den gehobenen Dienst. Und der hat aber gemeint, mach das nicht, weil du wirst halt teilweise, hast du halt eben, du musst halt damit klarkommen, dass du einfach auch Vorgesetzte hast, die, warte mal, Hände hoch. Ah, ich kann meine Marke zücken. Boah, die werde ich jetzt immer zücken, selbst wenn ich bei McDonalds bin. Burger Herr, Polizei, Burger Herr. Was soll das denn? Miami PD, wir hätten da ein paar Fragen. Burger Detective, wer ist denn? Stattest, die haben die mich nicht genommen bei der Polizei. Ich verstehe das gar nicht. Nee, und dann habe ich mich dafür entschieden, dass... Wo steckt der? Mann, leck mich! Ich glaube, ich nicht damit klarkommen werde, dass... Okay, ganz gut. Jetzt gelinde gesagt, ein jüngerer, vielleicht wenig intelligenter Mensch, mir sagt so, hey, keine Ahnung, mach jetzt das und das. Wo Leute vielleicht lebensgefährlich mit drin, bei so einem Einsatz einbezogen werden. Ja gut. Es war einfach nur so eine Einstellungsgeschichte und dann kam eben dieses GR-Studium auf. Okay. Das war perfekt. Also es kam dann gleich wieder fort und ich so, hey, cool, mach ich. Also Medi-Management statt Helikopter fliegen. Los, Mendoza. Helikopter möchte ich immer noch gerne fliegen, aber es kostet auch einiges. In Spanien habe ich gehört, es ist billiger. Also wenn wir auf Twitter starten, kaufen wir dir einen Helikopter. Das ist unser Ziel. Also mir reicht einfach die Ausbildung. Du kriegst ein Helikopter. Ja, aber vielleicht vorher die Ausbildung. Die kriegst du nicht. Du kriegst sie erst, nachdem du deinen Helikopter erhalten hast und wieder verloren hast. Zwangsweise. So, wo stand der jetzt? Das fand ich nämlich sehr schön, diesen Kommentar. Jetzt kann ich ihn noch hochscrollen. Doch jetzt. Und zwar. Smegall.fm hast du nicht gerade erst Abi gemacht, Maxi. Wir dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Nice. Nice one. Und HiMetLoad.net schreibt für Julius Format eine coole für Juli. Ja, genau das war das. Das finde ich gut. Ja, das wird er unbedingt haben. Also warte, Aufmerksamkeit von Verdächtigen wird auf zwei Arten angezeigt. Anzeige füllt sich. Ach, das ist wie bei allen Schleichspielen. Der Sichtkegel verändert sich je nach deiner Haltung. Also das heißt. Schaut der Martin zu? Wir werden gerade gefragt, ob Martin zu schauen. Ich bin noch nicht so weit unten mit den Kommentaren. Ich gehe mal noch ein paar durch, wenn wir das machen können neben Battlefield. Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht genau, wo es eigentlich los ist. Außer, dass wir jemand verfolgen. Ich finde immer noch, wir sollten zuerst an einem Donutladen vorbeifahren. Oder zu McDonalds. Aber auf mich hört ja keiner. Und da die Marke zeigen. Ich kann übrigens die Marke jetzt im Moment nicht zeigen. White Angel 93 wie der Benito Martinez. Oder wie er schreibt? Martinze. 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 Wie in The Shield, wie der den Chef macht. Finde ich super. Ich glaube, der ist halt total dafür abonniert. Darauf. So. Also ich will. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich nicht mehr lesen. Ja, Entschuldigung. Schade, dass ich mich nicht entscheiden kann zwischen der weiblichen Protagonistin und dem männlichen. Stimmt allerdings. Es wäre eigentlich ganz lustig. Dann hast du zwei. Es wäre cool, wenn du zwei Kampagnen spielen könntest. Mit Resident Evil 2. Dann kannst du von beiden Seiten ausspielen. Dann hättest du wieder was anderes. Partikel, die die Atmosphäre verschönern. Slevent. Was? Sleventr? Hey Flo. Bist du, und wenn ja, wann bist du auf der Gamescom? Das kann Lernung nicht sagen. Das wird sich alles noch entscheiden. Ich würde sehr gerne. Müssen wir mal gucken. So. Fritz. Fritzle. Kann man euch in Zukunft auch donaten? Oder habt ihr das nicht vor mit Spenden über Twitch? Ne. Mit Spenden über Twitch. Das haben wir nicht vor. Das wollen wir nicht. Ihr könnt uns gerne subscriben, sobald wir da nächste oder übernächste Woche dann alles so erledigt haben. Aber ich sehe gar nichts. Achso. Ich könnte mir so ein Donate-Zeus tatsächlich auch noch vorstellen, wenn wir das weiterspenden würden. Ja. Ich finde das irgendwie... Wir hatten ja damals diese Eisbär-Aktion. Genau. Aber sowas in der Richtung fände ich cool und auch lohnenswert, aber dann nicht regelmäßig. Aber so ein klassisches Donate für uns, nee. Aber wenn ihr könnt, hallo Nino, oh mein Gott, der Kegel, der Kegel, der Kegel. Soll ich dir das... Möchtest du an meinen Busen sprechen? Schnell, 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 schnell! Nee. Soll du mal schauen, was ihr macht? Also Maxi spielt und ich Laberstoß. Gut. Wie immer. Und sie sieht fast nichts, was so dunkel ist. Ich bin endlich Polizistin geworden. Und sie will den Halikopter fliegen. Also in echt. Also jetzt ist es soweit. Ich zeig meine Marke immer dann... Das ist übrigens Nino Kerl von NinoTakuTV. Kennt ihr den vielleicht? Von NinoTakuTV. Von Half-Half kennt den nämlich keiner. Ja. Ich meinte Half-Half-Live kennt ihn noch keiner. Das ist jetzt neunter Half-Half-Live. Also warte, was ich denn jetzt... Genau. Wirf eine Patronenhülse, um einen Verbrecher in deinem Weg abzulenken. Wer spielt ihr denn da? Nur ein Verbrecher kann jeweils auch eine geworfene Patronenhülse. Maxi, deine Frisur steht ja fabelhaft. Schau dir das 235 Leute zu. Das ist aber toll. Wie wähle ich die Patronenhülse aus? Und deine Mutter. Die hat tatsächlich vorher noch angerufen und gesagt, schick mir die Adresse. Und ich musste ihr erklären... Jetzt sind sie nur 225. Meine Mutter... Guck mal, so eine Fragezeige, mega nett ist sie. Die hat nämlich vorher noch gefragt, wie die Adresse ist. Und ich musste ihr erklären, wie man den Slash macht. Ja. Also vielleicht ist sie nicht ganz dabei. Ja. Das ist doch super. Ich schleiche einfach immer. Ich bin nämlich genauso schnell im Schleichen, wie im normalen... Geht's ja voll ab im Chat hier, ey. Vielleicht muss man hier die Adresse der Gegend drücken. Ja. Wieder runter? Kann ich auch rennen? Und nein, kann ich nicht. Zerspitzen, classy. Nur ein Verbrecher kann jeweils auf eine geworfene... Ich find das super. Achso, nur einer. So live. Wirf, um die Verbrechergruppen aufzuteilen. Überwältigend. Dann machst du meinen Frisurlob aus. Nähe dich einem verdächtigen Lautlos von hinten. Gut, ich muss Nino Tarko laden. Geilo! Ich hab schon gesehen, es wird super. Ja. Das heißt, ich werde ihn gegen Adrian wahrscheinlich schnappen? Ja. Okay. So, äh, hier. Ach, der sagt mir sogar an, wo ich werfen soll. Das ist der Lane. Für Olke der Hülse. Äh, hier schreibt Huckedoodle-Woodle. Huckedoodle-Woodle. Weiß nicht, ob ich schon gefragt wurde, aber warum... Soll ich den jetzt überwältigen oder nicht? Was bedeutet Fragezeichen? Heißt das, er hat ihn noch nicht erkannt oder... Ach, bewältigt ihn doch. Und jetzt den anderen überwältigen. Bist du mies? Gegen Hinterkopfschlagen ist halt echt das schon. Ah, scheiße. Dann gibt's eben eins direkt ins Gesicht. Huckedoodle-Woodle. Also, Huckedoodle-Woodle. Weiß ich nicht, ob ich schon gefragt wurde. Oh, hätte ich den verhören sollen? Egal. Huckedoodle-Hacken. Das ist immer wichtig, dass die Leute erstmal K.O. schlägst und sie dann verhörst und dich dann wundert. Ich versuch das hier, wie ein echter amerikanischer Polizist zu spielen. Okay. Ach, sücht. Also, ähm, warum macht ihr den Livestream denn so früh, eine Stunde später könnten sich ja ein paar Leute mehr einschalten? Wir haben viel vor. Ja, also momentan ist es halt so geplant, ob 14 bis 16 Uhr. Auch da müssen wir mal gucken, wie es läuft. Vielleicht machen wir das auch von 15 bis 17 Uhr. Also, das ist jetzt nichts, was wir gar nicht ändern könnten. Da müssen wir einfach mal schauen. Das ist, wie gesagt, auch von euch abhängig und so. Aber grundsätzlich dachten wir uns, mein Gott, viele Leute kommen auch mal von der Uni, aus der Schule oder so, können kurz Pause machen. 14 Uhr geht's los, 16 Uhr hat man noch genug Zeit, danach was zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Macht Hausaufgaben. Ich sack's euch. Sonst landet ihr wie ich hier als Polizist. Ohne im Helikopter zu fliegen. Jetzt werde ich aufgeklärt. NYHC ist Englisch, steht für New York Hardcore. Musikrichtung. Okay. Maxi sieht sich echt mit 31 wirklich schon als alt an. Was zur Hölle schreibt Cheating Death? Ich habe ja auch schon mit 18 alt, also man fühlt sich immer alt. Und hier muss ich nicht sagen, ich trage jetzt Stützstrumpf aus, seit ich 25 bin. Der Martin schreibt gerade, Flo, wie soll ich sagen, das soll verbunden im Chat sein und nicht ganz, was von der Stunde war. Ich komme hier nicht nach, ich möchte auch eigentlich viel beantworten. Ich scrolle jetzt mal runter, es tut mir leid. Alle Fragen bitte nochmal. Nicht gut, dass Martin ein paar Tipps gibt. Ja, danke Martin. Ja. Rasier dich. Ja, der Julius klickt sich jetzt ein bisschen ein und modelliert hier, weil wir angeblich ein Spanner-Problem haben. Spanner. Ach, das ist ja unglaublich. Wieso, was wird denn gespannt? Irgendwas auf Englisch habe ich da gerade gelesen. Ah, geil. Longstiff, I hope you can see this message now that the chat has died down. I wanted to say congrats. Wer ist Longstiff? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Spam. Übrigens, Martin, der erste Charakter, der in dem Spiel zu sehen ist, der sieht hier irgendwie ähnlich. Der hat auch so einen Leberfleck und irgendwie auch von der Struktur vom Gesicht. Du hast es im Battlefield geschafft. Hey du Trottl, du bist nicht von schlafen. Launebär, 86. Ich bin jetzt übrigens fast unten im Chat. Flo, würdest du mit mir die Original-David-Hessloff-Leuchtjacke vom Mauerfall kaufen bzw. stehlen? Es gibt eine Leuchtjacke von Hessloff, die irgendwo ausgestellt ist? Ja, wieso kann ich da nicht suchen? Wenn ja... Ja. Ja. Sofort. Ah, geil. Der 0815-Straßengangster. So, und jetzt? Ach, das ist der gar nicht. Ach, der ist da hinten irgendwo. Scans hat Gesicht, das Racken. Jawoll. So, die Kokain-Päckchen für... Das machen doch sonst immer nackte Frauen, dachte ich. Ähm, was? Matti. R. Ich will auf jeden Fall, dass der Haider... R. Ich will auf jeden Fall, dass der Haider irgendeins seiner Hotter-Sachen zockt und schön Haider-Hatet-mäßig kommentiert. Hä? Also Haider-Hatet-mäßig kann ich nicht kommentieren, weil ich scheiße mich da meistens ziemlich ein. Das ist auch geplant. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein kleines Abend-Format. Wie bist du? Haider Nights. Oder High Five Live Nights. Der werde ich dann fast nackt kommentieren und Hotter-Spiele spielen. Und zeige euch aber nichts vom Hotter-Spiel, weil ich fast nackt, ist schon genug Hotter für euch. So. Wo ist denn der... Gangster.de hat auch irgendwas geschickt, der Michi scheinbar, aber ich habe es wieder nicht gelesen. Dieser Chat ist so schnell. Ist doch gut. Gut. Ich komme immer nach. Aber ich brauche mal kurz Hilfe von euch, weil ich drücke hier die ganze Zeit A. A halten, ne? Oder A halte A, aber hier wird nichts. Also es läuft, weißt du nicht, irgendwie ein Ladebalken oder irgendwas, was mir bestätigt, dass ich gerade einen analysiere. Und näher heranzoomen geht nicht. Ich muss vielleicht einen richtigen analysieren. Aber es gibt nur die drei Kokain-Bitches. Die Türsteher, kommst du nicht rein. German Dota, also Martin schreibt, unser Hotter-Date steht noch. Ja, wir haben noch was vor, der Martin und ich. Es wird gruselig. Gruselig. Aber eigentlich ist er da hinten... Da ist dieser Kreis, also irgendwas muss da hinten sein. Ach so. Also siehst du auf der Minimap, da ist er irgendwie... Ach da unten. Fick dich. Sorry. Sag mal nicht. Drücke B, schreibt Ben Manten. Oh ja. Das ist ein alter Dark-Souls-Heider-Lee-Spruch. Drücke B. Aber das können wir hier jetzt nicht. Das ist Drücke A. Sorry. Der fasst sich in die Hose. Es wird immer wieder, werden die Stimmen laut, dass Julius seine Kassiererin bekommen soll. Alicia im Wunderland, der Chat ist für mich schon schnell. Ich bin alt und neue Technik nicht gewohnt. Ja genau, apropos alt. Ich wollte sagen, mit 15 war jemand, der 30 ist, steinalt. Weißt du, was ich meine? Das ist so, je alt man ist und deswegen... Ich bin immer noch vom Gehirn 15, deswegen denke ich, dass ich mit 30 steinalt bin. Martin, du musst auch wieder streamen, du bist schon 5 Minuten zu spät. Dir auch, viel Spaß noch. Ja Martin, viel Spaß. Zeig dir mal wieder, wird uns steuern. Ja, danke, dass du da warst. Und bitte bleibt da und geht jetzt nicht zu Martin. Kurz zumindest noch. Das hat er mit Absicht gemacht. Ich glaube auch. Slow-Mod wird sich noch lohnen eventuell. Ja, das könnte man sich überlegen. Es ist, wie gesagt, alles noch sehr chaotisch, aber macht uns nicht das sympathisch, sexy und süß. Hey, der hat einen Daumen hoch. Die drei wichtigsten S. Der hat geliked. Ich soll deinen Namen mit gerolltem R aussprechen. Nicht... Lanoir. Aber das ist ja französisch eigentlich. Lanoir. 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 Ja gut, in der Ingsburg dann halt Lanoir. So. Flo, hast du schon Bloodborne gezockt? Wie wirst du es dir holen? Wie findest du es? Schreibt du Laune bei 86? Oh, da ist sie. Ich habe es tatsächlich noch nicht gezockt. Ich werde es mir holen und... Ich werde jetzt ein bisschen vorgreifen und sagen, vielleicht zocken wir das alle zusammen nächste Woche live im Twitch-Stream, wenn ihr Lust habt. Habt ihr Bock auf Bloodborne? Ich werde so oder so zocken. Also... Ihr habt keine Wahl. Ihr müsst zuschauen. Ne, das wird geil. Also da freue ich mich total drauf auf Bloodborne. Wir haben das nicht gesagt. Das ist der aus dieser... Von dem Entwickler der Souls 3... Voll aufgestiegen! Bam! Gehaltserhöhung. Ja? Ja Bloodborne. Ja sorry, wir spielen hier zufälligerweise Battlefield. Ne, ist sehr gut. Ich höre nur Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne. Genau. Und das ist exklusiv für die PS4 und das werden wir zocken. Ah, jetzt muss ich die erst anklicken. So alle ab zu Martin, Laudatum. Nein. Ich bin stark für spätere Streamingzeiten. Schreibt Klebestift 94. Aber wieso, du hast doch Zeit zum zuschauen. Ja, was ist denn da los? Ja, was schreibst du jetzt hier? Wieso denn? Ne, ja, wir müssen wie gesagt gucken, aber es läuft halt auch nicht weg. Wenn man jetzt nicht gerade live kommentieren will, kann man sich halt auch immer später ansehen. Aber es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Da können wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Pixel Key schreibt Maxi, du bist zwar erst 31 Jahre jung, siehst aber aus wie eine 20-jährige Studentin. Und dann auch noch Studentin gesagt. Er hätte auch sagen können, eine 20-jährige Burgerbraterin. Ja, oder halt ein 20-jähriger Student. Obwohl, als Student ist man meistens auch Burgerbrater. Ich war Schuhverkäuferin, ich war El Bandi. Meinen Usernamen darfst du auch gerne mit gerollten R nochmal aussprechen. Oh fuck, da wird geschossen. Hacke-Doodle-Woodle, das kann ich nur bei dir aussprechen. Hacke-Doodle-Woodle. Hä, wie soll ich ihn denn retten? Ich könnte Flo mal entschollen und ihm meinen Namen gerollten R lesen lassen. Schreibt Laudardurm. So, und jetzt? Flo, bist du immer sexy, ist wie? Was soll ich denn machen? Sexy, süß und sympathisch. Flo, bist immer, das ist keine Frage, jetzt check ich's. Danke, Blondie-Wahn. Was musst du machen? Ich weiß es eben nicht, weil das ist nämlich der Grund, warum viele Leute mit Kopfhörer spielen, weil dann kriegen sie nämlich auch mit, was im Spiel passiert. Müssen wir nicht zuhören, ne? Mehrere Ziele zur Aufgabe ziehen. Zücke deine Marke, jawoll, um maximal drei Gegner zum stehen bleiben zu ziehen. Die Aufmerksamkeitsanzeige fühlt sich langsam, sobald ein Verdächtiger gefährlich wird. Ah ok, das ist wie beim Minority Report. Um die Kontrolle bei der Verhaftung von Verdächtigen zu bewahren, wechsle dein Ziel zwischen ihnen hin und her. Ach, das ist so Mindfuck-Ding, oder was? HENNOCH! Die Typen, die hier rumfallern, wer sind die? Ich find das super. Ok, der flippt gleich aus. Keine Ahnung! Und jetzt? Ich dachte, wie muss ich den nicht verhaften? Könnt ihr mal bitte das Konzept erklären? Schlagt Laura Mustrain. Laura? Kennen wir alle? Ja, hallo! So wie das momentan verstehe und die Maxi in Video spielen und Flo beglückt, den Zuschauer soll das so bleiben. Definierte beglücken. Achso. Nö, das müssen wir gucken. Auch das werde ich wahrscheinlich später noch erzählen, was wir da so grob vorhaben. Aber mal mit Gast, mal ohne, mal mit reinschauen. Manchmal ein bisschen weniger, wenn wir grad wild am Spielen sind. Aber grundsätzlich ist halt wichtig, was ihr schreibt. Und kommentieren ist auch wichtig. Und mir macht das halt saumäßig Spaß. Ich möchte keinen Namen mehr mit R aussprechen. High Five Live schreibt. Wer ist denn High Five Live? Das ist ein doofer Name. So eben 300... Marco sagt das. Danke, Marco. Zu eben 300 Zuschauer Schallmauer durchbrochen. Wir mögen euch. Wir mögen euch. Ja, das stimmt eigentlich. Ich werd ihnen jetzt keine Marke zeigen. Julius schreibt. Es wird dringend Zeit, dass wir nochmal über das Thema Kassiererin für Julius sprechen. Ich bin nicht sicher. Doch, doch. Das ist schon eine gute Idee. Wir machen vielleicht ein eigenes Format. So, da hinten ist einer. Da vorne sind welche. Ich könnte rechts rumlaufen. Oder links rum. Nein, ich glaub rechts rumlaufen. La Nure. Ich hätte da eine schöne Idee für eine Sonderfolge gemacht. Doch eine Folge, die da bald Ostern ist, in der ihr High Five Ostereier für Studie bemalt. Ich bin mir sicher, irgendwas mit Eiern bemalen. Da kommt jetzt Julius wieder und will wieder was ganz komisches machen. Aber der hört mich klar, glaub ich nicht. Why? Flos Aufmerksamkeitsanzeige ist permanent leer, jedenfalls in Bezug auf Spielgrad. In gewisser Weise hat die Fräulein Elinea recht. Ach, da gibt's gar keine Haftung. Aber ich kommentiere doch so gern, wenn euch das recht ist. Und Maxi, ich spiele so gern. Wenn euch das recht ist. Wenn euch das recht ist. Ach Gott. Auch wichtig. Mad Metal Man schreibt. Flo, wann gibt's mal wieder was auf deinem Kanal? Bitte da später nochmal fragen. Auch dazu gibt's dann heute noch Infos. Das ist nämlich gar nicht uninteressant. Hä, muss ich jetzt hier rein eigentlich? Julius soll meinen Namen mit gerolltem R aussprechen. Das darf er später, wenn er jetzt sein Mikro dran hat. Denn ich würde eh sagen, wir machen jetzt dann kurz Pause. But why? Ich muss doch grad retten. Ja, Pause? Ich seh schon, wir können jetzt keine Pause machen, weil du weiterspielen willst. Das Gute ist, ich hab mir morgen einen Tag freigenommen. Das heißt, ich werd's weiterspielen. Gefällt's dir? Ich kann bis jetzt nichts sagen. Ehrlich gesagt, dadurch, dass wir keine Kopfhörer haben, nichts mitbekommen hab. Aber, ähm, ich glaub, ich find's ganz nett. Ja, uh, der Kegel. Oh Gott, da kommt einer. Oh no, oh no, oh no. Ja gut, ich geh rückwärts raus aus der Situation mit Lächeln und Winken. Darfst du nicht ballern? Ähm, ja, schau mal, wie viele Leute da sind. Ich will halt, ich muss ja die da oben retten. Warte mal, heißt das, darfst du nicht ballern? Oder glaubst du, du kannst das nicht, weil du nicht genügend Skill hast? All right. Oh, ich liebe's, wenn du das ganze Magazin leerst. Wie gestern, wie tauervoll. Ich seh gar nix. Oh nein, Maxi, vorsichtig. So, rechts ist irgendwo noch einer. Ach da. Es kommt davon mit dem Bildschirm. So, ich muss ja eh hoch, oder? Ach so, hier geht's gar nicht hoch. Ja, fuck it, dann wird hier einfach durchgeballert. Was soll's? Was, ich wollte hier total Smetal-Gear-mäßig. Smetal-Gear. Ja, aber du hast es geschafft, doch. Smetal-Gear. Smetal-Gear. So, hier wird weitergehen. Wir werden ja keine Gefangenen genommen. Ich hab irgendein Gadget bekommen. Aber du hättest jetzt quasi, du kannst das ausrüsten, wenn du, wenn du, äh, den, ja, sag's mir nicht in Analog-Stick, sondern das Digi-Kreuz drückst, glaub ich, Rucks, oder? Ey, geh mir aus dem Weg, Schwester. Jetzt bin ich eh tot. Und du bist tot? Dann, Maxi? Dann? Dann ist es jetzt an der Zeit. Jetzt wechseln? Dass wir tatsächlich eine kurze Pause machen. Und dann wiederkommen? Und wiederkommen und dann Mario Party spielen und zwar zu viert. Das wird chaotisch. Keiner von uns hat's gespielt. Geil, ich freu mich. Ich hab vorher nur die Controller noch schnell angemeldet und synchronisiert. Das wird ganz bitter. Ähm, ja. Dann würde ich einfach sagen, wir machen eine Pause. Es dauert jetzt so, mein Gott, maximal fünf bis zehn Minuten. Was wir jetzt machen könnten, Marco, wollen wir wieder die Live-Can laufen lassen? Äh, ja, können wir machen. Wir machen das nämlich jetzt ganz bitter. Wir lassen jetzt so die nächsten fünf Minuten während der Umbaupause und jeder macht Pipi. Oh, das finde ich cool. Lassen wir die Kamera laufen. Okay, cool. Das heißt, wenn ich aufs Klo gehe, nehme ich die Kamera mit. Nee, eigentlich nicht. Dann kann ich ja weiterspielen. Ja, okay. Maxi, können wir umschalten? Ich spiele gerade. Okay, finde ich gut. Gut. Dann würde ich einmal sagen, wie gesagt, wir machen jetzt nur fünf Minuten Pause. Und machen jetzt weiter. Bleiben aber hier live. Genau. Und spiele dann Mario Party und dann werden danach noch Fragen beantwortet. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Du bist noch. Du bist noch. Ich muss bis zum Ende verhaften. Tschö. Tschö. Ciao, bis gleich.